So. Endlich oben. Endlich oben. Ich mach das jetzt nochmal. Du bist... Ich hasse dich. Wie einfach das ist, wenn man einen Crouch-Jump endlich drauf hat, ey. Voll krass. Das ist nur mit Ecke-Style. Ich hab was gehört. Okay, ich hab noch Munition. Ich hab auch noch Munition. Was ist das? Ach, das ist der Boden hier, wa? Klingt so. Ich guck hier jetzt um die Ecke. Ich guck hier kurz in die Ecke. Ah, ein Kind! Lorenz! Ich seh gut. Au! Alter! Der Kopf ist geplatzt und da ist ein dicker Stachel drin. Voll in mein Gemächt. Können wir hier durch? Ja. Oh Gott, ja. Ah, wir sind weiter, Freunde. Wir sind weiter. Ist das nicht schön? Ich seh nix. Wir sind draußen. Ich hab nichts in der Hand. Ich hab die Pistole in der Hand und ich glaube, ich hab diese Level schon mal irgendwo gesehen. Ich sage nur also wenn es das was ich denke dann kommt gleich Ist ja aber schlecht weil ich habe nicht mehr so viel ja ich glaube es geht doch nicht darum ihn zu bekämpfen weil er Kommt mich irgendwo aus den bäumen raus sondern es geht mehr darum den ausgang zu finden wenn ich mich recht ins sinne Okay, dann lassen sie finden. Falls es das Der schrotflinte nehmen sie dir und eine spritze und alter liegt ja richtig viel was ist das liegt noch eine spritze Ich nehme auch eine spritze und ein stock. Willst du ein stock? Ich glaube ich habe noch eine spritze ich habe noch eine spritze Ich habe gerade eine spritze aufgesammelt. Dann nehme ich mir die kurz rein. Nimm die andere spritze da Okay, hier liegt noch eine schrotflinte liegt auch noch ein stock Ich weiß nicht aber irgendwie ist das kein gutes zeichen wir so zugepflastert werden mit items. Die ist noch eine spritze Inventory ist voll. Ja was nehme ich denn jetzt ich werde den stock mal wieder Wegschmeißen her brauchen wir den für irgendwas müssen feuer an machen oder so also merkt immer als irgendein feuer an machen Müssen dann kann ich kann die spritze irgendwie aber ich habe mir auch mal eine spritze in den arm Ja, wenn du noch einen liegt genau macht doch Ja, ist die kiele noch? Hier liegt auch noch eine schrotflinte Box of shells Boah ich habe munition für meine pistole für meine normale das ist ja geil Ich glaube ich kann nachladen Okay, weiß ich nicht nur noch Stöcker Sieht soweit ja ganz gut aus jetzt erstmal Ich habe aber ich finde das gruselig dass wir so zugekleistert werden mit equipment Ja das stimmt schon Da hast du recht mein freund Nun denn schreiten wir über die brücke Yay Ach du kacke Ich bin weg Au Ich folge dir Er hat mich gehauen Mich auch Nein 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 Oma 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 Großer I was wo? Kommen wir da durch? Ich sprinte Da sind noch zwei ladies dahinter Ach du kacke Steht der bei dir auch der Fn rum? Das macht es jetzt doch recht einfach Ich habe keine munition mehr Dann wieder blieb mich mal wieder Händen steht ein Kettensägenmann oder sowas Ab und zu mit Blitzen sieht man da hinten jemanden stehen Ich Idiot lag gerade nach Aber ich nicht Ah sie kommt sie kommt sie kommt sie kommt Ich blieb aber gerade wieder ich kann gerade nicht Kann man es abbrechen ja kann man Aber ich bin tot Na wir dürfen ja direkt wieder hier loslegen denke ich mal Und gleich sind wir wieder im Gully Yay Jauuuu Was zur Hölle ey Ich weiß ja wo man so viel Equipment kriegt Ja So was haben wir denn noch? Okay nur die Pistole Und ein Knüppel Das ist natürlich blöd So Nimmst mir eine Spritze Hast du die Shotgun genommen? Ich habe auf der Rechten die habe ich gesehen Genau auf der Linken liegt auch noch eine Ähm Hier Ich habe die ja da hinten Oh Da Unser Floor Ach hier liegt ja noch eine rum Und noch eine Spritze Nehmen wir mal die Moon hier Ja ich habe die Wenn du so eine Shotgun aufsammelst dann ist das auch Munition Ich werde da jetzt nicht durchlaufen Ich werde mal gucken ob man die vielleicht doch irgendwie töten kann die Dinger Ja warte ich guck mal ob ich hier irgendwie Ich muss ja erstmal meine Slots sichern Guck mal da ist ein Gesicht unten drauf Zwei Warte ich guck gleich Wo bist du denn? Ah Köpfe Ich glaube die muss man treffen Ähm Okay ich behaupte einfach mal das ist Munitionsverschwendung Ich lass mich schlagen Aua Lass uns einfach zusammen dran vorbeilaufen Vielleicht schlägt das Ding dann nur ein Drei Zwei Eins Go Au Nee Voll Ich bin Au warum Ich hab noch einen Schuss Mist meine Meine Waffen nicht mehr ausgerüstet Ich muss nachladen Ja Nein 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 Aua jetzt schlägt mich dieses Scheißvieh auch noch Ja dann nimm ne Spritze Der Dicke kommt Aua was pflegt mich denn hier Aua ich bin tot Wirklich? Ja Warte ich muss mir kurz was Kann ich das machen? Ja Mach irgendwas Au Weißt du ich stand daneben und wurde nicht geschlagen und sobald ich EG gedrückt hab wurde ich dann tot gehauen Ja deswegen da war die ist die alte ja vorhin auch gekommen als sie EG gedrückt hab Zuerst fanden sie alle still und dann nicht mehr Na ja gut dann eben nochmal so Jetzt wissen wir wie es geht Genau Und denkt dran äh Tasten belegen Ja ja richtig das werde ich tun Warten hier die Schraubflinte ich hab hier echt keine Orientierung In der Mitte in der Mitte ist eine Ja aber links war da auch irgendwie noch eine oder nicht? Ja links ist auch eine Hast du die rechts genommen? Ich hab die rechts genommen Dann hätte ich gern die links Sooo 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 Freunde Ich drücke immer escape um aus dem Inventar zu kommen Ja das ist blöd Das funktioniert nicht So ich nehm die Schraubflinte die Pistole und ne Spritze nehm ich einfach mal auf 3 Ich hab jetzt erstmal die Pistole in der Hand Ähm Hier ist sonst nix mehr ne? Nö Liegt ja noch eine Spritze liegt hier noch Aber ist ja egal Dann hast du ja wahrscheinlich die Spritze genommen So los durch Ja So können wir die da vorne irgendwie triggern? Ja ähm Wir können ja 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 Was kann man Oder kann man diese Viecher mit dem scheiß Holzstab besiegen? Tatsache Der muss dazu irgendwas gut sein Vielleicht kann man den da hinschmeißen Kannst du den schmeißen? Ne Den wirfst Den schlägst du auch noch Hm Aber was soll man mit nem Holzstab Wir haben noch äh Unser Ja aber irgendjemand müsste er haben Vielleicht das ist die ultimative One-Shot-Waffe Kann ich Kommt nix ne? Ne Interessiert es nicht wenn man sie auf die Distanz Ah Arschlauch ey Ja so ich nehm die Schrotel in die Hand Aber da Vorsicht Scheiße das ist der Knüppel den ich in die Hand hab Wo ist meine Wieso stirbt die nicht? Wieso stirbt die nicht? Ich weiß das nicht aber Warum hab ich nicht Was ist denn hier los? Scheiße ich Idiot So Da ist die Schrotwinte Oh man Hast du Spritze? Mach dich gesund Ich bin noch zur Hälfte Ah der Dicke kommt Ja mach dich gesund Ich äh Mach mich mal gesund Ich muss nicht bewegen Bitte schlag mich nicht Ich lauf zurück Bin du tot? Ich denke ich noch nicht Ich lebe noch Ich lad nach Noch ist nichts vorbei Ich drück mir die Spritze in den Arm Ja sehr gut Töte ihn Werde es tun So Spritze ist im Arm Schrotflint ist nachgeladen Oh Hör auf mich zu schauen Du dummes Vieh Töte ihn Ich höre es Du schaffst es Oh Ficken Er ist tot Jawohl Aber hinten steht noch einer Ich hab's schon gesehen Wie soll das denn gehen? Ich schlag die gleich mit dem Stock Der Stock muss ja ultimativ sein Jetzt noch im Ernst Hinten stehen glaube ich noch zwei Soll ich mal vorrennen? Äh Hinten liegt noch eine Spritze Soll ich mir die? Ich hol die mir mal Weil du hast wieder volles Leben Ne ich hab nicht volles Leben aber ist egal Ist egal Was ist jetzt hin? Lass mich nicht immer schlagen lassen Aber Wo war die Spritze? Oder hab die eben schon genommen? Oh bitte lass mich die nicht schon eben genommen haben Ich hab keine Ahnung was ich hier tue Ich glaub ich hab die eben schon genommen Ne ich ehrlich sehe Oh wunderbar Äh 3 3 Ich bin gleich bei dir Basti Ja ja kein Problem Kein Problem Ich bin voll da Ist alles gut Ach du scheiße Ich seh's Ist tot? Ne sie ist tot Komm Da ist ein dicker Ja ich sag doch da ist ein dicker Der muss nur auf den Kopf schießen Ne Aber der steht daneben Ne Ich muss nachladen Er steht Er steht nicht mehr Doch er steht noch Ne er steht nicht Oh ich hab keine Ahnung mehr Er ist tot Er ist tot Ich hab noch 4 Schuss Oh mein Gott Ich fürchte ich überlebt es nicht wenn ich jetzt so durchlaufe Deswegen hau ich mir mal eben eine Spritze In den Arm Ja ok So Ich Komme Schramo Ja Aua Ich hab noch 40 Leben Du noch 80 Aua 65 Aua Hier liegt irgendwas im Magazin Da liegt auch noch Oh Vorsicht Ich glaube das ist für die Schrotflinte hier vorne Ja Kann man vielleicht eh gedrückt halten und dran vorbeilaufen Ich hab's aufgenommen Ich lad nach Das heißt wir brauchen es aber auch gleich Diese scheiß Viecher man Alter ich hab nur noch 25 Leben Wenn der mich gleich schlägt bin ich tot Ok eh gedrückt halten Ach du Wenn man spammt funkt jetzt aber Ich bin tot Ich bin tot Ey das sind so viele es ist unmöglich da durchzukommen Also ganz ehrlich dieser Stock muss irgendwas können Welchen Sinn würde es haben dass wir den Stock kriegen Kann man den anzünden und die verscheuchen So Brrrr 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 Ich nehm mir einfach mal den Stock So Ich nehm mir einfach mal den Stock Ich nehm mir einfach mal den Stock So So Und jetzt versuche ich mit dem Stock Das erste Vieh kaputt zu machen Kann ich vielleicht auch da durchrennen Weiß ich nicht Wenn es Lass mich mal kurz Ja Wenn es spawnt meinst du Ja genau Dann tun die einem nichts Ja bei der hinten kommt jetzt ein dicker gleich Ja richtig Und das Vieh ist da Das heißt wir müssen dafür zurücklaufen Das spawnt noch ein Wir können gar nicht zu viel durchlaufen Ne 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 Aber wir können Den ersten Schlag Ich glaube wenn wir Wenn wir jetzt hier An dem Vorbeilaufen und alle Kugeln treffen Dann müssten wir glaube ich nicht mehr zurück oder? Weiß ich nicht Go Ok Es hat mich geschlagen Er hat mich getroffen Oh Es ist down Fuck Ich muss nachladen Ich muss eine andere Waffe Es lief hier einigermaßen Wir haben das zwar gleich keine Munition mehr Aber hey Wir suchen jetzt rauf mal durch oder was? Oder kam da nicht noch einer? Ne Da kamen ganz viele Das ist ja das Problem Scheiße man Da kommen so viele Was macht ihnen dieser Scheiß Stock? Keine Ahne Warte mal ich kann Da hinten kommt der Dicke Der bewegt sich Der scheint her zu kommen Lass uns auf den Dicken warten Ja aber ich hab kaum noch Ich hab nur noch irgendwie ein Predison Magazin also Komm schon Blitzlicht Ich zeige den bösen Wanderer Der Dunkelheit Hä? Ne der bewegt sich ja nur her anscheinend Der läuft nicht Der läuft nicht Ähm Zur nächsten Ecke Hier Aua Lass uns mal jetzt Vorsicht Ja das ist Warte mal Ich will das Genau nimm ich das mal Hab ich Und jetzt lass uns mal Lass uns mal noch auf den nächsten Blitz warten Und mal kurz da hinten hingucken Wo wir überhaupt langlaufen müssen Ja Da er kommt jetzt Er kommt jetzt Jetzt kommt er definitiv Lass uns den erstmal umhauen Mit lichtern Oder einfach Gut Da er kommt er ja Klapp nach Oh ficken Das war echt knapp möchte ich meinen Musst du wieder nachladen So lass noch mal auf den Blitz warten Und gucken Ich glaube da vorne müssen wir dann rechts Und dann wieder links ne Und dann ist das im Grunde genommen Wieder in die Richtung Keine Ahnung Ich weiß nur dass da ganz viele Viecher spawnen Blitz komm Du Arsch Okay dann müssen wir rechts noch weiter Warte lass mich kurz ne Spritze in den Arm jagen Okay Für Sicherheit Weil ich werd da einige Klatschen in mir fangen Ich würde Das lässt sich doch nicht erkennen Lass uns einfach sprinten Komm Warte Ja okay Ja ich bin noch nicht Okay 3, 2, 1 Go Vollding lass einfach sprinten Oh ich häng fest Das ist blöd Ja 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 Wurde geschlagen Ich kann nicht mehr sprinten Ich bin tot Ich komm aber an dich wahrscheinlich nicht an Du kannst Ne 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 kannst mich nicht wieder Weil ich versuch's gleich mal Erstmal will ich die Munition hier haben So Du hast direkt neben mir so ein scheiß Viech Kannst du's vielleicht doch irgendwie umbringen Ne 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 Ja warte ich versuch erstmal Erstmal hau ich mir Spritze in den Arm Tu das So dann nehm ich meine Pistole Und Oder ich hab hier noch einen Schuss in der Shotgun Einmal drauf das Das bringt nichts ne Ne Die bleiben nie Pistolen Schuss Die machen auch keine Treffanimation oder so Gar nichts Da kommt ein Dicker glaube ich Soll ich mich beeilen Kurz nachladen hier Ja da kommt ein dicker Scheiße Ich muss mich kurz um den Dicken kümmern Mach mal Ich bin so tot Genau bleibt da schön stehen Du sollst da stehen bleiben Das kann doch nicht sein Ich Ficken Du hast dich genau zu mir gelegt Eheh Cry of fear Ich sag dir Cry of fear Ja das ist nicht cry of fear Sondern cry of Äh Hundfähigkeit Ich weiß es nicht Also Angst Machen mir die Sachen jetzt momentan Zumindest überhaupt nicht Nee Und dieser scheiß Knipp Was steht denn da? A tree branch Not really a weapon But at least something useful out here Useful out here Für was denn? Ja aber echt Irgendwas muss es gut sein Aber für was? Gibt es hier irgendwo den ultimativen Schlüssel? Können wir vielleicht einfach durchrennen? Ne ja komm Komplett durchrennen Ja lass es machen Ok lass zusammen Ok go 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 Du sprintest schon Oh Gott Wieso da? Bist du da? Ja ja ich bin da Aua ich kann nicht mehr sprinten Ich auch nicht Weiter Ja Durchlaufen Ich kann nicht laufen Er hat mich umgehauen Ich bin fast tot Ich glaube ich bin sogar tot Ja ich bin tot Hat nicht funktioniert mit dem Sprinten Ja Ne 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 So ich bin auch fast tot Ist doch wunderbar Nachladen Komm mal Wie viele fucking Ficken unglaublich Ich fürchte ich werde Warte mal Ich komme trotzdem mal zu dir Ich wiederbelebe dich eben Nein doch nicht Da kommt ein dicker Vergess es Vergess es Oh ja ich sehe gerade deine Füße Ihr trägt keine Socken Ich glaube es macht Recht wenig Sinn Ähm Reicht noch irgendwas? Ne ich hab halt auch nichts mehr ne? Aua Ich lass mich tot schlagen Kann man schwimmen? Ne ich glaube du kannst gar nicht ins Wasser fallen Ne man kann nicht mehr ins Wasser fallen Da 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 Es ist schön Ja Gut durchlaufen funktioniert auch nicht Ne Ähm Dann lass uns äääh Ja Ähm Nicht wahr? Ja okay rückwärts? Lass uns äh einfach mal Das erste Mal zu zweit quasi durch sprinten Soweit wie wir halt sprinten können Wenn wir nicht mehr sprinten Oder die ersten zwei Von den Schlagviechern Äh 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 Dran vorbei sprinten Dann die Dinger umhauen Die da kommen Und dann Neu sammeln Okay Go sprint 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 Die ersten zwei hast du gesagt? Ja Aua Ich hab daneben geschossen Ich hab daneben geschossen Flicker kommt Lucy kommt Treff ich denn nichts? Ich muss nachladen So ne scheiße Hör Hör Basti Kann ich's machen? Nein nein Ah ich hasse es Ah Nein Escape Immer Escape Wieso kann man nicht mit Escape aus dem Intentatus? Achso der... Ach Gott Alter Ach Ach Warum musstest du eigentlich sagen Mensch Ist ja gar nicht mal so schön Dass es immer so Dinge sind Wie so Löcher die wir Die uns aufhalten Wie schön wär mal ein Monster Das wir nicht schaffen Ja Warum? Entschuldigung Ach Equip 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 Ein Plan? Ne Ne Nicht wirklich Ne Lass es genau so machen wie gerade Als wir am weitesten gekommen sind Wie haben wir das denn gemacht? Am ersten können wir auf jeden Fall jetzt zu zweit vorbeispringen jetzt Ja Let's go Schon verkackt Naja Ne Mich hat er geschlagen Mich nicht Ich war ganz links außen Vielleicht können wir ganz außen lang laufen? Das kann sein Warte mal Nein Ne Okay Wieso? Was? Du schenkst mich lange du scheiß wie? Komm schon lad nach Baby So der ist tot Ich bin auch fast tot Lad nach Ich Spritze Spritze rein Ich weiß immer nie ob mein Licht an ist oder nicht Ja es ist hier sehr schwer zu sehen Kann der Regen So ich geh jetzt dran vorbei Genau Was kann doch nicht sein? Warum treff ich die denn nicht? Für einen Schuss hab ich noch Es kann doch nicht sein Die muss man zweimal treffen Okay Aua Da liegt ne Spritze übrigens nicht oder? Ne Munition ist Munition Zack Da kommt ein Dicker Ja ich will die Schrot finden Munition Danke Nachladen Falsche Tastel Fuck Komm schon lad nach Baby Lauf zurück Ja auch Aua So Muss ich kurz spritzen Okay Ich muss nachladen Ich sprinte einmal durch Bin gleich bei dir lass mich nur kurz da Ich komm zu dir Aua Ich versuche jetzt beim nächsten auch noch vorbei zu sprinten Da liegt noch was auf dem Boden ne? Ja das ist Munition Ich hab was aufgesammelt ja Boah Boah Nein Nein Fuck Warum denn Basti? Mann Ich wollte euch an den Ecken hängen Ich wollte rechts rumrennen Kann ich dich wiederbeleben ohne ich sterbe? Ne Ne kannst nicht Soll ich einfach mal weiter rennen mal gucken was passiert? Mach mal Rechts oder links das hast du gesagt Ich glaub das ist egal Hm? Ich wollte rechts auf Mach einfach Ich lauf rechts Das hört hier gar nicht mehr auf Zu Ich Susi Level alleine kann ich nicht abschließen ne? Keine Ahnung Finden bis raus Lassen Dicker Ficken Ich renne dich so tief durch Kannst mich mal Game over Wasser Basti es ist zu hart Ja es ist echt hart Naja aber wir sind schon mal ein bisschen weiter gekommen Ist doch mal so emotionell Ja Ah Oh Ich hab schon wieder die Orientierung verloren hier Ich hab ne Branche Eine Remington Eine Remington Eine Remington Machen glaub ich auch Rasierer Das kann gut möglich sein Ich hab mal einfach alles auf was hier rumliegt Ich hab hier Wo bin ich denn? Ach da Warte Eins Kannst du dich neben mich stellen? Drei Drei So Warte mal man kann doch was Man kann doch auch Combine machen Kann ich vielleicht Ähm Ne Schrotflinte Combine mit Der Pistole Nein Schrotflinte Combine mit Spritze Nein Schrotflinte Combine mit Knüppel Schrotflinte Combine mit Ne Knüppel mit Knüppel Kann ich die im Dual-Wield machen? Ne Ach man Kannst du dich neben mich stellen genau? Oder kommst du jetzt hier nicht durch? Doch doch ich komm hier durch Okay dann lassen wir jetzt Drei Zwei Zwei Eins Bin ein bisschen hängen geblattet Aber ich bin immer an der fucking Ecke hängen Obwohl die Ecke überhaupt nicht zu sehen ist bei mir Hm Müssten auch so kommen oder? Weiß ich Da Ja Ich bin immer an der fucking Ecke Ich bin immer an der fucking Ecke Verloren diesmal Ja Warte noch was oder nicht? Lass uns bis hinten durch sprinten Okay Warte Fuck Nicht nachladen Ich lade jetzt nach Scheiß drauf Okay Ich glaube der füllt eh immer nur auf bei der Dann passt doch so So äh Kommt sie noch was oder? Blitz 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 Ne die bleiben stehen Ja Dann lass bis vorne zu Gabelungen laufen da Bis es nach rechts geht oder? Ja Weil hier kam die ja Fuck 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 Ich lauf weiter Ich lauf weiter Ich bin rechts weiter gelaufen Ja das kommt noch ein dicker Und ne Tuse Und ich seh nichts mehr Ich bin tot? Was? Ich bin tot Warum bin ich denn tot? Hatte ich kein Leben mehr? Offenbar nicht Hä? Scheiße Oh ne Ja ne Kannst du vergessen Ich kann halt dann auch nicht ausweichen Du Was soll man machen? Soll man ausweichen Dann wirst du vorne die Dingern geschlagen Sollst du die Spritze reinjagen Und dann brauchst du 10 Minuten Weil das ist echt ein bisschen ätzend Ja ein wenig Ja ein wenig Ja ein wenig Ja